Ne, die ist echt nicht einfach. Die ist jetzt so schnell, obwohl sie auf der zweitlangsamsten Stufe eingestellt ist. Haha, sag das nicht. So, und jetzt? Au! So, wo ist dein Fahrzeug? Jo, hol ich. Mal wieder. Aber ich habe in fünf Sekunden wieder meine maximale Punkteanzahl, das ist doch praktisch. Wo bist du? Ich bin bei Fahrzeugsborder. Ja, ich sehe dich. 33, 27, 33. Aber ich müsste eigentlich mich nochmal umrüsten und auf meinen Inchi gehen. Ja, was, fahr. Ne, ja, okay, wir fahren dann einfach rüber mit dem Ding und rüst uns da irgendwo. Oder fahrst du da hin? Ich bin warte eins, bin da. Ist zu langsam. Jo, go, gas, gas, gas. Batschki, nehmen wir auch noch gleich mit. Dumb like a motherfucker. Ja. Glückhaft. Ja, mehr Glück als Verstand. Wo fahren wir jetzt hin? Wapgate? Nein, die wollen Galaxy Drop machen. Ja, egal. Verweiter. Wird jetzt mal dezentlich gesehen. Wir hören es ja nicht. Wir haben es nicht gesehen, dass er am Swapgate den Punkt gelegt hat. Und wir hören es auch nicht. Und wir haben jetzt halt Harris. Es kommt davon, wenn man nicht am TS ist. Ja. Schon auf dem TS, aber verkehrt im TS. Apropos TS, die TS-Daten seht ihr unten in der Videobeschreibung. Weiß, ihr mal mit uns schwätzen wollt. Könnt ihr das auch gerne tun. Vielleicht gehen wir uns sogar durch. Wenn wir im PC sind, sind wir da im Normalfall drauf. Und wenn wir lieb sind, kriegt ihr auch Antwort. Wenn wir gerade schlecht drauf sind, dann fliegt ihr vom Server. Könnt ihr zwar jetzt weiß, 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 kick. Nein, könntest du nicht, weil du eine Aufnahme bist. Ich kann jetzt einfach nicht kriegen. Das wäre aber auch unfreundlich. Dann wirst du allein. Nein, dann wirst du allein, weil ich nehme ja nicht auf. Ich kann einfach zu die anderen gehen. Fürs halt zum... Was? Super, Sven, alter! Stopp, 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 was hat uns getötet? 100% Lappengemer. Stopp, was hat uns getötet? Ich bin richtig rum auf der Straße gelandet. Du bist bestimmt auf den Felsen aufgeschlagen. Das dürften Harris auch nicht töten. Wir können jetzt in die Galaxy spawnen. Ganz wichtig, habe ich das schon mal praktisch gemacht. Das... das war so geplant. Ja. Ich brauche jetzt wieder 7 Kids, dass ich wieder positiv werde. Ich habe gestern schon auf den Sack gekriegt. Go, 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 go. Wollen wir jetzt... Weil jetzt haben wir jetzt die ersten, die hier sind. Weil wir ewig rumgedreht, halt, habe. Haha, Borker ins Gesicht. Wo bist du? Okay, ich bin hinter das Geschütz. Ach so. Ich habe gar den Leuten Walkerns Gesicht gegeben. Ach so, ich darf ja nicht schießen. Das war halt unsere Position. Wir sneaken und so was. Wo ist das? Ist auch so. Oh, wir machen jetzt Galaxy Drop bei Money Lake Satellite. Die Base muss nicht mehr... Ah, das ist die Base mit dem scheiß Mittelding. Die mag ich gar nicht. Ja, das ist die. Was ist denn, äh... Wir müssen in dieses L-Gebäude reinhüpfen. Borker ist Anti-Air, ja. Wir müssen in das L-Gebäude reinhüpfen. Geh auf die Karte. Das L-Gebäude ist das mit dem Punkt. Okay, er will nicht zum L-Gebäude. Scheinbar. Weg, geh raus. Er will zum L-Gebäude. Ah, unter uns ist ein Sandy. Irgendwo. Ja, ich hab ihn gesehen. 2 C4 waren drauf. Ihr seid mit der Galaxy mal langsam hier weg. Gott sei Dank, hab's noch überlegt. Bin jetzt bei A. Na, jetzt hat mich eine Mina geholt. Scheiß Clay. Okay. Ich muss die Galaxy? Achso. Galaxy macht einen Reparaturrückflug. Mhm. Da geh jetzt mal hier fort. Was? Ey, Manni. Ich brauch noch Kills. Bei den Biolab können sie mir jedenfalls nicht aufs Dach scheißen. Ah, jetzt hab ich hier oben auch eine Walker, das ist gut zu wissen. Ach, gab's ihnen da viele. Aber ich muss mich echt noch ein bisschen an die Maus gerühen, die ist echt nicht so einfach. Ja, jetzt schiebt er die Schuld wieder an die Maus. Ne, die ist echt nicht einfach, die ist jetzt so schnell, obwohl sie auf der zweitlangsamsten Stufe eingestellt ist. Dann machst du noch langsamer. Dann kannst du nicht spielen, das ist zu langsam. Wer beschießt mich da? Ich bin jetzt beschossen von rechts. Oh, SKJ ist angreifbar. Wo? In Biolabor? Ja. Ne, gesichert, ist gesichert, ist gesichert. Ob das Ida Stalla weiß? Eingehende Operation. Jawohl, endlich mal wieder ein Kill. Das war jetzt auch lange Zeit. Pfff. 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 Oh, nee. Oh, raus aus der Galaxie. Zum Platzen gebracht. Pfff. 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 Peter Reiser, wir machen jetzt zum Abschluss noch eine Harris-ALto an die Nachbar Cott. Pfff. Gen jot aus, das sind Barbäule aber nach unten. Ja, ich komme. Ich geh direkt da wo der feindliche Sandité. Nein. Ich bin down. Alright. Ja, dann sporen und nehm Sandras. Ja. Boah. damit das kleben normalerweise noch 2 c4 und an dem ding dran 1 sobald du respawn bist nicht mehr stadt api totti ist auch in der näher anscheinend nein ich weiß eigentlich eine beleidigung die beleidigen sich gerade nur die reden nicht von dem liegt wie geil tut er ohne scheiß du bist der beste war doch drüber doch ich möchte unser leben retten wir haben ein paar viele raketenwerfer und hör auf immer auszusteigen du bist doch zum reparieren reingefahren was soll ich nur zu ihr da ist ein reparator sandi das habe ich nicht gesehen war drauf du musst drüber fahren ja habe ihn weiß dass ich drüber fahren muss aber ich möchte nicht nur ab dem nächsten jetzt möchte ich überleben das war ein schuss ja ein schuss ganz das lag doch nicht an jetzt hat es war halt er dass er keine aktion dass er das überlebt haben wundert mich ja gerade fast ich habe kein klick war will ich habe im ich habe drei kills gemacht der leichte auch panzer bietet überall vor katholz war gerade aus verkater schneller wie wir hier sein ja das brandunterdrückung rein habe ich gerade nicht so reload ja vorweg vorweg muss das feuer auskriegen auf gott kann man die auf steuern nein es ist der hellwert alter so jetzt bist du jetzt kannst du stehen bleiben es hat sich rediert durch die kills und so habe ich in 20 sekunden wieder maximale punkte zahl obwohl ich gerade herrischer gezogen wird wieder hin einsam aber dass ich auch ziehen kann ja sonst sagst du wirklich gas gibt gas jetzt nicht langsam fahren stopp stopp jetzt habe ich übrigens auch wieder brandunterdrückung ich sehe nichts weiter vor stopp ich sehe nichts das ist in dem fall ganz viel auf dem hügel neben dir ich will den sandi ja ich will nicht sterben um ehrlich zu sein jetzt musst du gas geben ach jetzt bin ich dir wieder zu langsam bist und ich habe auch mal wieder autoreparatur drin gehabt habe ich noch jetzt habe dann nur wieder das problem dass die brandunterdrückung dann wieder im reload ist ja egal müssen gleich durch das leben hier wird noch zu ende gespielt ich will noch ein kinder und da wird die jahre was ihr beide überlebt ein abig getötet drüber das wird sich im rückwärtsgang war ich treffte noch nicht jetzt das gilt was ja ja überleben wir neuen doch überlegen wir haben ein ich kenne meine herr ist dann weiß weil ich die ihre feste wird ein halblich getötet ich fall zwischen nur noch herr ist damit ein Punkt nicht wird sich für fast nichts anderes mehr inzwischen kann ich das dinge und auswendig dass sie eingetreten ist ja raus ja echt aber wir sind sie weg er jetzt wurden sie ziemlich johann stopp 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 da ja 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 ich sie doch also warum hat die geschichte nicht da unten sie noch mehr ich habe eine überfahrt wo hat er vorbei äh du und schießende ja das müssen wir noch mal üben ja gut dann ist das ist normal fakt da war doch der panzer wd schießt auch fragt brandunterdrückung war doch dritter da war leider hat uns noch eine leiche gekillt ein toter harry hat uns noch gekillt ist die folge vorbei oder können wir doch mal herr ist erzielt ich wohl jetzt ein banker ziehen eigentlich ja okay hast du eine gute waffe oben ja natürlich ja natürlich okay wo sponset wenn ich gleich bereit bin hier okay oh gott hat zurück hat zurück da drüben fährt ein sandara so das machen wir noch ja das flankt noch mehr den smoker sandara den holen wir uns wo ist er ja ich will ihn haben ja dann schieß nicht daneben ich hab ihn aber ich hab sonst hättest flugzeichen geholt und jetzt den brawler wo ja ich fahr rückwärts der ist weg das war jetzt doof da ist ein liberator ja den treff das wär geil nein den kriegst du eh nicht den kann ich Achtung Panzerwine eine hab ich ausgeschaltet ja ich bin besser was hast du denn du schon wieder getötet was war denn das der Panzerwine soviel zum thema du bist besser ein bleib mal stehen ich reparieren hallo 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 knapp vorbei da läuft einer am gewirge wo ich hab den spion markiert jetzt hat er sich unsichtbar gemacht direkt am baum voraus wenn du die richtung guckst ich bin echt ein grausamer schütze ich hab noch nicht mal zoom und schießt auch daneben so und jetzt aber ich hab keinen zoom du hast wahrscheinlich zoom drauf ja und trotzdem treffe ich nicht ich hab keinen zoom dort fährt der lightning der uns abschießt ja und er kann nix ja er hat die standardwaffe drauf der kann wirklich nix ich kann auch nix ich hab mir gegeben ich hab noch mehr hit gegeben ich hab auch jetzt gehütet ich habe auf die schwachstelle geschossen jetzt brennt er ich hab ihn jawoll und das war's jetzt dann auch mit dem letzten jetzt der flash und würde ich sagen wir hätten wir auch jetzt die Aufnahme setzen hey dass ich den flash noch weg holen ja ich brenne bremse achte lightning oh das hat schön gesessen oh der hat auch gut gesessen der auch der gleich weg komm schon hinterher fahr hin fahr hin sonst wird der gleich weg der brennt der ist ausgestiegen jawoll der lightning weg nein du hast ihn ich hab ihn weg ja auf jeden Fall wir werden jetzt hier wirklich folgen also die Aufnahme sieben ich hoffe es hat euch Spaß gemacht bis zum nächsten Mal schaut rein und es wird demnächst also bevor diese Folge rauskommt bestimmt noch ein live stream geben und bis dahin viel Spaß beim angucken der steht neben uns und hinter uns jo ich bin jetzt trotzdem die Aufnahme müssen noch was sagen Servus 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 C4 na gut schönes Abschlussbildchen und bis zum nächsten Mal ist der